Hey zusammen und willkommen zu einem neuen Video in einer neuen Location. Mehr oder weniger, eigentlich kennt ihr diesen Kleiderständer hier, nur nicht so tief liegend. Das hat sich jetzt ein bisschen verändert und man merkt schon, hier ist was vorne, hier ist ein Mikrofon. Und generell alles wirkt ein bisschen anders. Das liegt daran, dass das hier jetzt mein Stream-Setting ist. Denn ja, ich werde anfangen zu streamen. Hoffentlich werden am Wochenende die ersten Test-Streams online gehen. Das hier ist jetzt sozusagen der Videotest, ob das ganze Equipment etwas aufnehmen kann, was ansehbar ist. Denn ich habe es tatsächlich geschafft mit der Hilfe von Vic tatsächlich. Der hat mir da sehr viel geholfen, was das Ganze angeht. Meine tatsächlich normale Kamera, mit der ich auch die Videos sonst aufgenommen habe, als Kamera für Streaming zu benutzen. Und habe mir jetzt so ein Setup gebaut, dass ich praktisch das einfach nur anmachen muss, mich hier hinsetzen kann und aufnehmen kann. Und der Sound ist wahrscheinlich sogar noch besser, als wenn ich normalerweise mit der Kamera aufnehme, weil ich hier extra noch ein neues Mikrofon habe. Und das alles möchte ich heute ausprobieren und euch ein bisschen so erzählen, was der Plan ist mit dem ganzen Streaming-Ding. Was das Streaming ersetzen wird, beziehungsweise was das Streaming verändern wird. Also erstmal habe ich vor, so Videos wie jetzt gerade das, was ich mache, live auch zu machen. Das heißt, ich rede über ein Thema mit euch, vielleicht über mehrere Stunden sogar und schneide daraus ein Realtalk-Video zusammen. Also diese Realtalk-Videos, wo ich einfach mit euch rede, werden auf ein Live-Ding verfrachtet und werden dann da zusammengeschnitten. Also ganz YouTube-technisch kennt man das ja. Also machen ja eigentlich alle Twitch-Streamer so, hey, ich habe einen Livestream, ein cooles Thema, wurde beredet, Boom, Highlight-Video, nice. Und da die Qualität im Endeffekt wahrscheinlich sogar besser ist, als wenn ich so mit der Kamera aufnehme, hey, warum nicht? Warum dann nicht mehr daraus ziehen, als man sonst hätte? So. Andere Sachen, die sich ändern werden, vielleicht in Zukunft, sind so Sachen wie, hey, Harajuku Outfits of the Week. Wäre vielleicht auch interessant, das mal live zu machen und dann den Zusammenschnitt am Mittwoch hochzuladen. Das sind so alles Sachen, da überlege ich aber noch, das steht noch nicht so wirklich fest. Jetzt geht es erstmal darum, so ein bisschen das Equipment zu testen, zu testen, ob die Internetleitung das hier mitmacht. Falls die das nicht mitmacht, habe ich eine Notfalllösung parat. Würde dann wahrscheinlich ein bisschen länger und wieder dauern, aber das wäre auf jeden Fall nicht das Aus. Equipment ist jetzt alles da. Aber was möchte ich eigentlich so streamen? Weil ich denke, das ist ein wichtiges Thema, was wir irgendwie so ein bisschen bereden sollten. Weil es geht ja hier schließlich darum, etwas zu schaffen, wo wir einen noch stärkeren Austausch miteinander haben. Das ist ja der eigentliche Grund, warum ich sage, hey, Stream ist für mich so interessant. Weil sonst könnte ich auch einfach weiter die Videos machen. Klar, es ist nett, ich habe jetzt dieses Setup, muss mich nur hinsetzen, PC an, Kamera andrücken und kann direkt ein Video aufnehmen. Das ist auch mega einfach und entlastet auch eine Menge. Aber prinzipiell geht es ja darum, hey, ich möchte einfach mehr mit euch reden, weil ich immer wieder, gerade bei den Real-Life, Real-Talk-Sachen merke, da ist das Bedürfnis einfach da, ihr schreibt mega lange Geschichten und dieser Austausch danach fehlt irgendwie. Es ist irgendwie eine Antwort, dann antworte ich vielleicht mal und dann verläuft sich das so ein bisschen. Das finde ich schade und das möchte ich halt in diesem Stream aufleben lassen. Das heißt also, das wird wahrscheinlich ein reiner Talk-Stream, vielleicht hin und wieder mit Einblendungen. Wir schauen uns Videos an, YouTube oder ähnliches. Aber was es zum Beispiel auf gar keinen Fall geben wird, jedenfalls nicht in nächster Zeit, ist Gaming. Dafür habe ich erstmal gar nicht das Equipment und zweitens ist es auch einfach nicht mein Ding. Ich habe da gar nicht so groß Bock drauf, weil beim Gaming wäre es dann, wäre ich glaube ich, wieder zu sehr abgelenkt. Es geht mir persönlich einfach darum, mit euch zu reden und das auf einer ganz entspannten, freien Basis. Und da kommen wir dann auch schon zu dem Thema Uhrzeiten. Da würde ich natürlich auch sehr gerne eure Meinung irgendwie zu hören, weil ich persönlich würde halt sehr gerne sehr spät abends streamen. Also ich sage mal so ab 23 Uhr, vielleicht ab 22 Uhr irgendwie rum. Aus dem Grund, dass das einfach für mich persönlich die Zeit ist, in der ich meistens hier zu Hause rumsitze und sage so, ja jetzt irgendwie alleine am PC arbeiten oder so habe ich keine Lust. Aber so mit Leuten mich auszutauschen, so abends bin ich dazu halt einfach in der Stimmung. Dann ist man auch so ein bisschen weniger einsam. Und das würde ich halt auch gerne mit dem Stream dann irgendwie erreichen, dass das ein Ort ist, wo Leute abends spät hinkommen können und sich austauschen können und man über Themen reden kann. Ich meine, im Endeffekt ist ja sowas wie ungeklickt, sagt den meisten bestimmt irgendwas, ist ja auch sowas in der Art, was täglich stattfindet, wo sich Leute treffen, austauschen und eine Community da ist. Nur halt ist das eher auf Reaktions basierend. Und ich möchte halt wirklich über Themen speziell reden und das nicht unbedingt festmachen anhand Videos. Kann es aber hin und wieder geben. Das ist aber auf jeden Fall so der Bereich, in den ich mich gerne bewegen würde. Also im Endeffekt just chatting stuff. Jetzt natürlich die Frage, wo machen wir das Ganze? Wir machen das Ganze auf Twitch. Und das hat für mich auch mehrere Gründe wieder. Warum nicht YouTube, obwohl hier wahrscheinlich es einfacher wäre, für die Leute rüber zu gehen. Ist ein ganz einfacher Grund. Viele meiner Freunde sind auf Twitch unterwegs und das ist einfach die Community. Und außerdem möchte ich persönlich auch etwas von Grund auf nochmal neu aufbauen mit diesem ganzen Hintergrund. Weil ja, dieser YouTube-Kanal ist mehr oder weniger neu aufgebaut worden, nachdem ich wieder zurück aus Japan gekommen bin. Aber mir ist jetzt persönlich sehr wichtig, dass ich halt irgendwie, keine Ahnung, einen neuen Kanal schaffe, ohne diese Altlasten. Und noch einen YouTube-Kanal brauche ich ja nicht wirklich. Aber Twitch klingt ganz cool. Freunde sind da. Und ich habe mich halt auf dieser Plattform noch nie so richtig ausgetobt. Ich habe es halt hin und wieder probiert. Aber ich habe mich noch nie so richtig ausgetobt. Und das würde ich einfach sehr, sehr gerne mal ausprobieren. Und ist auch bei den meisten Zuschauern, wo ich es jetzt kenne, auch beliebter als YouTube. Und ja, es wird anstrengend, weil ich mir eine komplette Basis praktisch von Null aufbauen muss. Weil keiner benachrichtigt wird und so weiter. Und da kommen wir auch schon dazu. In meiner Videobeschreibung, in den letzten, also eigentlich, glaube ich, in allen Videos auf diesem Kanal, ist ein Twitch-Kanal verlinkt. Oder war verlinkt. Ich hoffe, ich ändere das noch. Aber das schaffe ich jetzt nicht bei 100 Videos, das so schnell alles zu ändern. Aber der Link ist falsch. Also der Winzu-Link ist falsch. Der neue Kanal hat einfach, genau wie alle anderen Social-Media-Kanäle von mir, den Link Vincent Hansing. Also twitch.tv slash Vincent Hansing. Das liegt an zwei Gründen wieder. Erstmal, ich bin gar nicht in meinen alten Twitch-Account mehr reingekommen. Denn da war diese Zwei-Faktor-Authentifikation, heißt das, glaube ich. Und das war auf meinen alten Handy-Vertrag, den ich vor Japan habe, angemeldet. Und dann hatte ich meinen Japan-Handy-Vertrag und dann den. Und dann habe ich den Twitch-Support angeschrieben. Und bla bla bla, über Monate ist aber nichts passiert. Und jetzt habe ich mich einfach dafür entschieden. Hey, ich wollte eh von Grund auf was neu bauen. Dann brauche ich auch jetzt nicht irgendwie Leute, die vor fünf Jahren da mal gefolgt sind. Weil, ey, Gaming klingt interessant oder so. Die muss ich damit jetzt auch nicht extra noch belästigen. Also fangen wir was ganz Neues an. Twitch.tv slash Vincent Hansing. Habe ich jetzt auch nur einmal kurz, glaube ich, auf Twitter mal so Sneak-Peak-mäßig gepostet gehabt. Aber das ist auf jeden Fall der Kanal. Da könnt ihr vorbeischauen. Und ich glaube, es wird sehr cool. Es wird sehr interessant. Ich glaube, ich werde wahnsinnig nervös werden, wenn ich mit euch live rede. Ich werde mich oft versprechen, was ich auch so schon mache. Also in diesen Videos wie jetzt, diesen One-Takern, seht ihr ja, hey, ich bin bei weitem jetzt nicht jemand, der einen perfekten Redefluss hat. Aber dennoch jemand, der sich gerne mitteilt und gerne austauscht. Und ja, mir ist jetzt auch noch wichtig, was ihr in so einem Livestream als Extras haben wollt. Also erst mal, über welche Themen generell wollt ihr so reden? Also der Fokus wird natürlich bleiben, wie auch hier auf dem Kanal, Japan, Fashion und so Real-Talk-Themen wie jetzt Mental Health und sowas. Weil das sind einfach die Themen, die mich in meinem Leben am meisten beschäftigen. Alles andere wäre irgendwie so, ja, würde mir nicht viel bringen und würde euch nicht viel bringen. Das wären halt die Themen. Da könnt ihr immer schreiben, ey, oder auch jetzt hier unter das Video, was wir vielleicht mal im Test-Stream oder so bereden sollen. Schreibt das dahin, das würde mich wahnsinnig interessieren. Gott, wo war ich jetzt? Oh, ich habe eine Nachricht bekommen. Ich gewöhne mich einfach schon mal an das Live-Setting. Ja, jetzt bin ich vollkommen raus. Also Themen könnt ihr schreiben. Und ja, wie wollt ihr so einen Stream aufgebaut haben? Weil das ist jetzt, was ich alles habe. Also ich habe das Equipment aufgebaut und ich habe es so eingestellt, dass man praktisch mein Gesicht sehen kann und meine Stimme hören kann. Aber ich habe jetzt keine Einblendung, kein anderes Zeug. Also das Einzige, was ich auf jeden Fall noch einbauen werde, ist halt ein Screen, wo ich halt ein YouTube-Video zeigen kann und gleichzeitig zu sehen bin. Aber alles andere, ich weiß nicht, ob ihr den Chat im Video sehen wollt. Ist das was, was ihr cool findet, was ihr nicht so cool findet? Irgendwie wollt ihr irgendwie Follower, irgendwie sowas sehen? So Kram wie Donations oder so, da muss man sich ja erstmal gar nicht drum kümmern, weil neuer Kanal und alles drum und dran, Subs und so. So, das ist alles komplett irrelevant jetzt erstmal. Aber wollt ihr generell sowas sehen und so weiter? Das sind alles Sachen, die bauen wir zusammen auf. Das wird hier nicht mein Projekt alleine, weil ohne euch funktioniert das nicht. Das funktioniert halt nur, wenn es Anklang findet und wir abends zusammensitzen und über Themen reden können. Das ist ja im Endeffekt alles, was ich damit erreichen will. Abends zusammensitzen, mit euch eine gute Zeit haben, entspannt und irgendwie ein cooles Thema haben, über das wir quatschen können. Und vielleicht auch, was uns dann gegenseitig weiter im Leben bringt. Weil das ist, glaube ich, so, was noch so ein bisschen fehlt bei den Themen hier auf dem Kanal. Dass ich keine Response kriege und ihr auch nicht die perfekte Antwort auf euren Response. Wenn ihr sagt, ey, ich sehe das anders, dann können wir darüber diskutieren. Und das ist etwas, ja, was uns sehr viel weiterbringen könnte. Und ich glaube, jetzt ist alles gesagt. Falls ihr Fragen zu dem Ganzen habt, dann schreibt das unten in die Kommentare. Jetzt geht das noch, also das würde auch immer noch so gehen, aber jetzt ist das noch so der beste Weg, um zu kommunizieren. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video oder tatsächlich bei einem Stream. Also würde mich freuen, wenn ihr dem neuen Kanal folgt, falls ihr einen Twitch-Account habt, dann verpasst ihr das auf jeden Fall nicht. Beziehungsweise kommt eine Meldung oder könnt ihr VOD dann schauen oder Highlights kommen dann davon auf jeden Fall hier auch auf dem Kanal. Also, ja, hat mich gefreut. Ich hoffe, die Qualität stimmt. Alles klar, bis dahin. Ciao, ciao.